BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Roman, drittes Testspiel. Erstes hier im Trainingslager in Österreich und im 3 zu 2 gegen den FC St. Pauli, den sicherlich bisher namhaftesten Gegner von den Testspielgegnern. Wie lautet dein Fazit? Ja, sehr gut. Ich glaube, dass wir heute einiges zeigen konnten. Und in der ersten Halbzeit hat ja die Stammformation gespielt und in der zweiten eher so die Junioren, die gerade aufsteigen. Und die haben es auch sehr gut gemacht. Beide Halbzeiten haben wir gewonnen. Man muss sagen, es war ein sehr guter Einstieg jetzt ins Trainingslager. Wir sind ja heute erst auch gerade angekommen auch und von daher hatten wir auch noch ein bisschen Reisestress. Also von daher ist es wirklich sehr gut gelaufen. Ein Thema vorher war natürlich der Platz. Es hat den ganzen Tag geregnet und auch die letzten Tage. Man wusste gar nicht genau, ob das Spiel heute stattfinden kann. Wie hast du das empfunden auf dem Platz von den Verhältnissen? Ja, nicht ganz angenehm. Klar, gar keine Frage. Man wusste nicht ganz genau, was der Ball dann auch macht. Denn der Platz war sehr, sehr tief. Es stand auch noch Wasser drauf. Aber wir haben es einfach so angenommen, wie es war. Wir haben uns nicht davon bieren lassen, sondern haben einfach weiter auch unseren Fußball gezeigt, haben versucht auch fußballerisch hinten raus zu spielen. Das haben wir toll umgesetzt. Deswegen haben wir dann letzten Endes auch gewonnen.